Kipassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding, das verlange ich von dir bei meinem Coaching. Etwas spät kommt jetzt noch ein Video zum Coaching, denn die meisten haben schon geworben ohne Ende. Das Video kommt bei mir tatsächlich aufgrund der hohen Nachfrage, denn ich mache es immer noch so, dass ich mit den meisten erstmal ein Telefonat führe, damit ich schaue, wer eignet sich so für das Coaching. Und ich habe mittlerweile Hilfe dabei. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr mit meinem sehr fähigen Mitarbeiter Lukas sprecht. Das gilt dann aber meistens für die Bewerber des THT-Coachings, denn da macht er den Erstkontakt und das unverbindliche Informationsgespräch. Vielleicht am Anfang, ganz wichtig, dieses Video entsteht, wie gesagt, weil gerade die hohe Nachfrage da ist und ich vor allem im letzten Jahr gemerkt habe, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, dass gerade dieser Neujahrsschub oftmals gar nicht weiß, was ein Coaching bedeutet oder gar nicht weiß, dass man selbst sehr, sehr viel einbringen muss. Und dass es eben nicht heißt, dass ein Coach dir quasi eine à la carte Veranstaltung bietet, bei der du deine Pläne bestellen kannst, wie sie dir bequem sind. Ein Coach ist dafür da, dass er dich fordert. Er stellt dich vor Herausforderungen, denn er möchte dich weiterbringen. Das heißt, wenn du etwas ändern möchtest, dann musst du Dinge anders machen, sonst werden sie sich nicht ändern. Und genau dafür ist dein Coach da. In diesem Sinne ist ein Coach auch dafür da, um dir unbequeme Wahrheiten über dich zu erzählen. Was fällt ihm ein? Was weiß der eigentlich über dich? Was weiß der über dich und dein Leben? Und genau darum geht es heute. Denn das klingt zwar hart, aber ich weiß tatsächlich sehr viel über dich, auch wenn du das nicht glauben solltest. Ich coache mittlerweile seit vielen, vielen Jahren und hatte in der Zeit hunderte Athleten jedes Jahr. Davor habe ich, bevor ich selbstständig geworden bin, jeden Tag circa acht Personal Training Termine gehabt und acht Coaching Termine in Fitnessstudios, also gemischt. Und habe jede Geschichte eines jeden Menschen schon gehört. Ich kenne jede Berufsgruppe, ich kenne jede Auslastung, ich kenne jeden Familienstatus, ich kenne acht Kinder, neun Kinder, ich kenne zwei Kinder, ich kenne ledig, ich kenne alles. Und ich habe in Verbindung damit auch jedes persönliche Schicksal auch schon gehört. Was möchte ich damit sagen? Ich werde dir widerspiegeln, was du kannst und was du nicht kannst. Und wenn du mir dabei nicht vertraust, dann haben wir leider ein Problem. Und genau das ist mir sehr, sehr wichtig, denn das ist beim letzten Jahr so passiert. Jetzt kann man natürlich sagen, da bewerben sich viele Leute, die bezahlen natürlich erstmal. Und wenn die im Endeffekt dann nicht durchhalten oder frustriert sind und das Coaching nicht weitermachen wollen, dann hast du ja trotzdem Geld verdient. Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt ist für mich hauptsächlich Zeit Geld. Zeit ist Geld. Ich mache momentan so unglaublich viel, auch in Bezug auf Coaching und andere Dinge, dass ich auch im Coaching meine Zeit sehr effizient nutzen möchte. Das bedeutet, für mich ist es unglaublich traurig, wenn ich Zeit verschwende. Wenn ich merke, ich habe ein bis zwei Monate sehr viel Zeit in jemanden investiert, damit derjenige an den Punkt kommt oder diejenige, dass das Ganze dann funktioniert und dann merke ich, dass es mit der Person leider nicht funktioniert und die Person abbricht, dann ist das für mich schade. Und genau deshalb mache ich dieses Video. Das heißt, ich finde, das ist eine sehr eingehende Thematik, weil ich das ein paar Mal hatte, weil sich Leute wirklich wundern und sagen, woher willst du denn wissen, was ich so leisten kann und was ich nicht leisten kann? Ich setze tatsächlich immer eher weiter unten als weiter oben an. Ich höre oft so Sachen wie, ja gut, ich will ja kein Bodybuilding machen, nur dass du das weißt. Was ist das denn für ein Plan? Ich will ja kein Bodybuilding machen. Wie gesagt, wir haben einen Anamnesebogen, mir ist das alles bewusst. Ich möchte dich gezielt fordern, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und du gibst mir Ziele an, die ich wirklich auch mit dir erreichen möchte und dafür entwerfe ich ein System, mit dem wir das schaffen. Dieses System wird immer auch Arbeit deinerseits erfordern. Und wenn du bereit bist, Arbeit reinzustecken, dann bist du bei mir im Coaching ganz richtig. Deshalb möchte ich hier nochmal mit dir sprechen. Was beinhaltet das normale Coaching, das Online-Coaching? Und dazu kommen wir sofort. Online-Coaching ist quasi das Standard-Coaching. Das heißt nicht, dass es nur online ablaufen muss, aber insofern ist die Grundstruktur davon online. Das heißt, du kannst es von ganz Deutschland aus machen, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Türkei. Mittlerweile sind die Leute überall. Wirklich auch ganz weit weg mittlerweile. Über, über, überall. Und in dem Sinne ist es halt wichtig, dass dir klar ist, dass das die Grundbasis des Coachings ist. Du hast die Möglichkeit, Personal Trainings dazu zu buchen und die sind innerhalb des Coachings auch reduziert. Außerhalb des Coachings sind sie teuer, innerhalb des Coachings kosten sie deutlich weniger. Und genau deshalb ist die Möglichkeit, auch jederzeit Personal Trainings dazu zu buchen und einen persönlicheren Kontakt zu haben gegeben. Wir haben jedoch eigentlich non-stop WhatsApp-Kontakt und mindestens einmal die Woche Updates, wodurch dein Erfolg gesichert ist, wenn du die Updates auch sendest. Und das ist wichtig. Du wirst eine genaue Instruktion bekommen, wie du deine Updates zu senden hast. Und die musst du einmal die Woche senden. Und dann können wir uns über deinen Erfolg unterhalten. Die Kommunikation erfolgt über WhatsApp. Ich mache keine Calls. Ich sehe darin tatsächlich gar nicht so viel Effizienz, wie man glauben sollte. Denn WhatsApp-Nachrichten und du bekommst immer personalisierte Sprachnachrichten von mir. Also ganz selten schreibe ich nur mal was, nur wenn es jetzt nichts Besonderes gibt. Aber für mich, wie ihr merkt, ich rede viel. Ich erkläre viel. Genauso werde ich mit dir coachen. Das bedeutet, wenn du mich was fragst oder wenn es irgendein Thema gibt, dann kriegst du von mir eine, keine Ahnung, drei, vier Minuten Sprachnachrichten, in der ich dir alles minutiös perfekt erkläre, damit keine Fragen offen bleiben. Und das ist die Kommunikation. Von dir muss halt mindestens das eine Mal Update die Woche kommen. Du darfst mir Trainingsvideos schicken. Das heißt, ich gucke über deine Technik drüber und sage dir, wo kann man sich besser bewegen, was kann man eventuell noch machen. Und wenn du irgendwelche Fragen zwischendurch hast, kannst du dich auch melden. Du bekommst einen Trainingsplan, du bekommst einen Ernährungsplan, du bekommst einen Supplementplan, du bekommst auch einen Stoffplan, wenn das notwendig ist. Du bekommst für alles einen eigens für dich erstellten Plan, der immer wieder bei Bedarf überarbeitet wird. Deswegen braucht das Coaching sieben bis zehn Tage Bearbeitungszeit. Wenn du dich bewirbst und das Coaching abgeschlossen wird, also du gebucht hast, gezahlt hast, wirst du nach Informationen von dir gefragt. Das heißt, du musst Bilder einreichen und du musst den Anamnesebogen ausführlich ausfüllen und dann dauert es sieben bis zehn Tage, bis deine Pläne erstellt sind. Interessant für dich, diese sieben bis zehn Tage gehen nicht von deiner Zahlungszeit ab. Das heißt, dein Buchungszeitraum beginnt erst, wenn du deine Pläne bekommst. Im Vorfeld wird in Anführungsstrichen umsonst gearbeitet. Das ist natürlich Quatsch, weil das ist alles inklusive, aber ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle euch hier keinen Scheiß. Und das ist im Endeffekt das Coaching. Und was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Leute, die sich jetzt für das Coaching bewerben, eins verstehen. Das Online-Coaching ist ein Coaching, das von dir etwas verlangt. Es ist stringent, also du musst schon die Sachen durchziehen, aber es ist auch keine reine Friss- oder Stirbmentalität. Das kommt immer auf deine Ziele an. Das heißt, machen wir geplante Cheat Days? Nein, weil ich das für absoluten Quatsch halte. Das halte ich für das falsche Mindset. Aber wir ziehen den Ernährungsplan weitestgehend durch, damit du immer, wenn das gebraucht ist von der Gesellschaft, so nenne ich das gerne, einfach mitessen kannst. Sei das ein Geburtstag, Freundin will mal was essen gehen. Das macht man halt mal. Natürlich macht man das nicht, wenn man auf Diät ist. Aber wenn wir im Aufbau sind oder einfach im Coaching, dann ist es halt auch an dir, dass du einen roten Faden des Ernährungsplans durch dein Leben durchführst. Und je genauer das ist, desto besser unser Erfolg. Je weiter du dich davon entfernst, desto weniger Erfolg. Und wenn ich merke, du entfernst dich sehr davon, dann bin ich auch wirklich so, dass ich dir das sage. Und dass ich dir das sehr direkt sage. Und bis zu dem, dass man wirklich sagen kann, okay, ich sehe deine Mühe nicht, wir müssen das Coaching beenden. Das kommt tatsächlich vor. Und das ist mir sehr wichtig, dass das nochmal ganz klar ist. Es wird von dir Gewohnheitsänderungen verlangen. Du kannst nicht alles immer gleich machen und erwarten, dass sich etwas bessert. Nur weil du einen Coach bezahlst, wird sich nicht einfach etwas bessern, sondern du wirst deinen Alltag anpassen müssen. Du wirst Veränderungen in Kauf nehmen müssen. Wir Menschen sind ein Gewohnheitstier. Wir sind Gewohnheitstiere, so rum. Das Schlimmste für uns Menschen ist, wenn wir Gewohnheiten ändern müssen. Das habe ich in sehr vielen Phasen meines Lebens erlebt. Und das war sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Es war eigentlich immer gleich. Ab irgendeinem Punkt war es okay. Und man wollte da auch nicht mehr raus. Und bis dahin ist ein Jammern und Heulen angesagt. Deswegen ist es tatsächlich immer eine ganz gute Richtlinie, dass man sich die Pläne erstmal zu Herzen nimmt und versucht vier bis sechs Wochen erstmal gar nichts daran zu sagen. Gar nichts. Einfach zu machen. Meine Erfahrung ist, wenn nach vier bis sechs Wochen immer noch Dinge da sind, mit denen du überhaupt nicht klarkommst, dann muss man darüber sprechen. Aber erstmal ist es wichtig, dass du es versuchst. Und natürlich ist auch hier ein Dialog direkt am Anfang möglich. Ganz klar. Das war jetzt nur ganz kurz zu dem Online-Coaching. Und das ist das beliebteste Coaching. Das ist das Coaching, das am meisten abgeschlossen wird. Und das ist auch das Coaching, in dem die meisten Leute drin sind. So kann ich mittlerweile sagen. Wir haben wirklich Leute aus ganz Deutschland, Europa und auch Übersee, sei das jetzt Thailand, Japan oder egal wo. Es sind Deutsche auf der ganzen Welt, die sich bei mir melden und die ich natürlich auch sehr gern coache. Vielleicht noch eine kleine Fußnote. Es gibt noch ein Wettkampfcoaching. Das ist, denke ich, noch sehr wichtig zu erzählen. Das kostet ein bisschen mehr. Beim Wettkampfcoaching ist es eben so, dass wir uns gezielt von Anfang an mit der Mentalität schon mehr Richtung Wettkampf bewegen. Das heißt, es wird sich damit beschäftigt, in welche Klasse passt du, in welche Klasse wollen wir. Es wird sich mit dem Posing beschäftigt. Es wird einfach anders rangegangen. Du kannst natürlich irgendwo eine Weile vor dich hintrainieren und du kannst auch zielgerichtet vor dich hintrainieren. Du kannst auch ein Online-Coaching machen. Aber wenn wir wissen, es geht auf einen Wettkampf zu, dann kann es halt sein, dass ich eventuell anders rangehen muss von Anfang an. Ich mache kein Wettkampfcoaching kurz vorm Wettkampf. Das mache ich nicht. Da habe ich schon einige abgelehnt. Das heißt, wenn du vorhast, in drei Monaten oder sechs Monaten einen Wettkampf zu machen, bin ich der Falsche für dich. Ich möchte in der Regel mindestens knapp ein Jahr Off-Season mit der Person haben. Vielleicht ein bisschen weniger. Es kommt immer auf den Status an. Und für mich ist auch nicht die Frage, ob du auf die Bühne kannst, weil viele sagen, so kann ich denn überhaupt auf die Bühne. Diese Frage stellt sich sehr, sehr selten, sondern die Frage ist eher, wann und in welcher Klasse. Und da musst du mir dann eben vertrauen. Aber beim Wettkampfcoaching ist es wichtig, da wird von Anfang an eben entsprechend mehr Aufwand reingesteckt, sich schon Richtung Wettkampf zu bewegen. Und es wird eben gezielt geguckt, was macht das Posing? Posing-Trainings sind inklusive. Einmal im Monat ein Check-Up plus Personal-Training sind inklusive. Also da hast du schon eine ganz andere Leistung. Außerdem zahlst du nichts extra dafür, dass dein Coach mit zum Wettkampf kommt. Ich glaube, das gibt es so auch gar nicht. Ich komme tatsächlich auf eigene Kosten mit. Und das lohnt sich insofern, weil es meistens sehr viele Athleten auf einmal sind, wir auch Content dort produzieren. Das heißt, du wirst natürlich dann auch irgendwo auf unserem Instagram-Account von Team Iron oder auf meinem oder auf dem YouTube-Account zu sehen sein. Das ist auch der Vorteil, den wir daraus ziehen. Wir wollen Content produzieren. Und selbstverständlich kann ich das alles irgendwo geltend machen. Aber es ist im Endeffekt, wenn man jetzt, glaube ich, die Wettkampfcoachings hochrechnet und die Ausgaben, ist es jetzt nicht selten nah an einem Minusgeschäft gewesen. Wobei ich halt nicht nur in Geld sehe, sondern halt eben auch viel in Marketing oder in dem, was beim Großen und Ganzen vom Team dabei rauskommt. Das bringt wieder allen viel, weil das, was wir als Team haben, glaube ich, hat niemand. Und das kostet eben manchmal und das ist mir dann auch egal. Also das ist sehr, sehr wichtig. Du kommst wirklich in ein Team und dieses Team ist auch wirklich da. So habt ihr in den Videos ja schon oft gesehen, dass teilweise Gruppen von 10 bis 15 Leuten auch auf Auslandswettkämpfe mitgehen. Das ist ja Wahnsinn. Also ihr habt einen riesigen Support in der Gruppe und die Leute interessieren sich für dich und wollen dich zum Erfolg pushen. Nicht nur ich, sondern auch viele aus unserem Wettkampfteam sind dann mit dabei und auch Nicht-Wettkampfkämpfer gehen gern mit. Einfach zum Motivieren. Und das finde ich super. Das zum Wettkampfcoaching. Also wenn du darauf Lust hast, kannst du natürlich auch ein Wettkampfcoaching anfragen. Nur hier sei dir bewusst, hier ist dann tatsächlich nochmal eine andere Mentalität gefragt. Also hier musst du einfach funktionieren und musst das erfüllen, was dir vorgegeben wird. Das ist wichtig. Ansonsten kleine Fußnote zum letzten Coaching, das wir haben. Das ist das TRT und Quality Aging Coaching. Dazu sage ich heute nicht so viel, weil es letztens wieder ein sehr ausführliches Video dazu gab. Deswegen schau dir das bitte an. Ein TRT-Coaching ist ein Coaching in Verbindung mit einem Arzt, der dir ein Rezept für Testosteron verschreibt. In Verbindung mit mir, der mit dem Arzt zusammen entscheiden wird, in welcher Dosis das sein wird. Das ist meistens die gleiche Dosis, wenn es eine TRT ist. Und der Arzt und ich werden auch begleitend deine Blutbilder auswerten und werden immer wieder schauen, wie es dir geht. Und was ganz wichtig ist für dieses Coaching nur ganz kurz. Erstens, du hast überhaupt keine Chance auf dieses Coaching, wenn du keinen Testosteronmangel hast. Vergiss es. Wir haben auch da wieder nach dem letzten Video unglaublich viele Anfragen von Leuten bekommen, die sich wunderweise was vorgestellt haben. Das heißt, dieses Coaching ist nur für Leute, die einen diagnostizierten Testosteronmangel haben. Die Diagnose darf gerne erstmal vom Hausarzt kommen, aber die wird hauptsächlich von uns gemacht. Damit du dich überhaupt für das Coaching bewerben kannst, musst du nichts weiter tun als erstmal eine Bewerbung schreiben, aber damit du ins Erstgespräch kommst, brauchst du ein Blutbild. Das heißt, du solltest schon mal zu deinem Hausarzt gegangen sein und sagen, du möchtest gerne Testosteron und freies Testosteron messen. Kein freier Androgenindex, Testosteron und freies Testosteron bitte. Das ist wichtig. Die beiden Werte einfach mitbringen beziehungsweise dann einschicken, sobald du kontaktiert wirst wegen dem THT-Coaching und dann wird schon mal eine Erstprognose getroffen und du kannst ein kostenloses Informationsgespräch führen und dann wird dir auch gesagt, ob du prinzipiell geeignet bist oder nicht und dann kannst du entscheiden, ob du ins THT-Coaching eintreten möchtest oder nicht. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Das THT-Coaching ist nur für Leute mit einem Testosteronmangel und das THT-Coaching steht in Verbindung. Deswegen ist es ein THT-Coaching und nicht einfach nur eine THT. Das ist das einzige Modell, das eine gesundheitliche und trainingsbedingte und ernährungsbedingte und supplementbedingte Betreuung inklusive hat. Ich weiß, es wurde in den letzten Kommentaren geschrieben, es gibt Konkurrenzprodukte, die kosten 2500 Euro oder so, das weiß ich alles. Bei uns zahlt ihr keine 1500 Euro oder 2000 Euro einfach für ein Rezept, sondern ihr bekommt das Rezept nur, wenn ihr dafür geeignet seid. Wofür ihr bezahlt, ist die ganze Betreuung, sowohl der Aufwand des Arztes, wobei seine Extra-Termine und Untersuchungen, die sind nochmal extra zu verrechnen. Aber der Aufwand, den der Arzt und ich zwischendurch die ganze Zeit betreiben, das wiederum zusammen mit dem Ernährungsplan, mit dem Trainingsplan, mit dem Supplementplan und eben auch mit dem Stoffplan und hier ist es eher der THT-Plan, so wie dich innerhalb von sechs Monaten einzustellen. Das sind einmalig diese 1500 Euro, die dieses Coaching kostet und danach hast du das Rezept für immer. Das Rezept kostet dich bei uns nichts weiter was. Also das Rezept zahlst du ganz normal, wie jeder andere auch. Das heißt, wir machen dieses Coaching nur in Verbindung mit der Gesundheitsvorsorge und das ist eben das Coaching. Und wenn du sagst, du brauchst diese Gesundheitsvorsorge nicht, das geht halt nicht. Das ist bei uns inklusive und wenn nicht, gibt es halt auch Konkurrenzprodukte, genau, die sind teurer und da bekommst du keine Gesundheitsvorsorge und kein Coaching und wenn dir das lieber ist, dann ist das auch kein Problem. Aber bei uns läuft das so. Ganz wichtig. So, das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir alle Coaching-Arten durchgesprochen. Ich freue mich natürlich über Coaching-Anfragen. Ich habe in den letzten Tagen wieder sehr schöne Telefonate geführt von Leuten, die echt motiviert sind und da habe ich auch Lust drauf. Deswegen, wenn ihr euch für das Coaching bewerben wollt, sehr, sehr gerne unter www.coachironmic.com das Online-Coaching für jeden Freizeitsportler oder Bodybuilder, der einfach nur für sich viel erreichen möchte, auf das nächste Level, Vollgas, so viel rausholen wie noch nie mit einem erfahrenen Coach, der hunderte Athleten jedes Jahr gecoacht hat, seit Jahren und alles schon mal gesehen hat, mit allem umgehen kann, für alles einen Rat und einen Tipp parat hat und jede Situation mit dir managen kann und du kannst einfach alles abgeben. Es wird alles auf 100% laufen. Du hast wahrscheinlich noch nie erlebt, wie es ist, wenn wirklich alles auf 100% läuft, denn du hast immer nur subjektive 100% angestrebt und da ist immer Convenience dabei. Das heißt, da ist immer irgendwo Komfortzone dabei und ein objektiver Blick tut nichts weiter, als zu gucken, was hast du noch nicht ausprobiert, in welche Richtung müssen wir noch gehen, welche Hürde haben wir noch nicht genommen und die werden dann genommen und dann wird es noch besser. Das ist Wahnsinn. Also von dem her, der Erfolg spricht für sich 100% Trefferquote, wenn du dich an alles hältst. Kann man wirklich so sagen. Wettkampf-Coaching für die, die Wettkampfambitionen haben, TRT-Coaching für die, die wirklich Testosteronmangel haben und kein Arzt kann oder will ihnen helfen. Aber Leute, wie gesagt, also wenn ihr Testosteron und freies Testosteron im mittleren Referenzbereich habt, nicht im unteren Referenzbereich, sondern im mittleren, dann habt ihr wahrscheinlich keinen Testosteronmangel. Dann ist der Arzt nicht irgendwie ein Idiot und der will euch irgendwie unten halten oder der will euch irgendwie, das ist irgendwie kein Verschwörungstheoretiker, was weiß ich, versteht ihr, was ich meine? dann habt ihr einfach keinen Testosteronmangel. Aber wenn ihr Werte weiter unten habt und ihr merkt, ihr fühlt euch wirklich beschissen, dann ist es vielleicht das TRT-Coaching eine interessante Geschichte. Wobei, hier Schlusswort noch dazu, wir werden dir halt diagnostizieren, ob du einen Mangel hast oder nicht. Und wenn wir dir sagen, du hast keinen Mangel, dann hast du auch keinen. Das ist wirklich so, weil wir sind da wirklich wohlwollend und wollen dir helfen. In diesem Sinne, wie gesagt, Coaching-Anfragen, Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der ist wirklich ernst meint, ich habe Bock und insofern ganz liebe Grüße und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never going to make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You got to stop it, yo. You got to take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who do you want? Is it possible to do? Trämmen, make it.